Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, Donnerstag, der 1. März 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 321 und ich habe heute die folgenden Themen für euch mitgebracht. Twitter-Lesezeichen, Smartphone-Sicherheitsvergleich, Apple-Karten, WhatsApp, Syria, Apple Watch, OneCast, selbstfahrende Autos und Amazon mit Ring. Bei Twitter gibt es ein neues Feature. Wer kennt das nicht, jeder von euch, der Twitter nutzt, denke ich, hat so sein eigenes System gefunden mit der Zeit, wie man ein Tweet, das man später lesen möchte. Also nicht die 140 respektive neue 280 Zeichen, sondern vielleicht ein Link, der da drin ist. Die einen schicken sich das per Mail zu, die anderen haben Umwege über Insta, Paper und Read it etc., was es da für Möglichkeiten halt alles gibt. Neu hat Twitter jetzt etwas ausgerollt, und zwar für alle Nutzer, das sie vor kurzem erst getestet haben. Das ist nämlich die Lesezeichen-Funktion. Wie genau, dass ihr die nutzt, über das Teilen-Symbol, ganz einfach gemacht. Und mehr könnt ihr nachlesen auf daily.tiktok.ch, da haben wir einen Link dazu mit drin. Sehr praktisches Feature. Ich bin mal gespannt, ob ich es selber nutzen werde, oder ob ich im alten Trott verfahre. Ich schicke mir dieses Zeugs zum Beispiel an mein Trello-Board. Es gibt einen neuen Smartphone-Sicherheitsvergleich. Und da überzeugen zwei Hersteller ziemlich stark. Der Hersteller, der iOS fabriziert, und derjenige, der Windows fabriziert. Also Microsoft und Apple. Das sind diejenigen, die in Nerd-Tagen, teilweise Wochen, aber sehr, sehr schnell auf Sicherheitslücken reagieren und Updates ausliefern. Das sind diejenigen, die bis zu, und das sind wir jetzt bei Apple, fünf Jahren Updates liefern. Und zwar für alle Geräte, mit einer kleinen Ausnahme. Aber, ja, in hohem Masse lange und schnelles Update geben. In dieser Tabelle wird es dann ziemlich schnell feurig-rot, wenn es runtergeht zu Blackberry, zu Nokia, zu Sony, zu Fairphone, zu Huawei, zu LG, Samsung, Asus, Motorola, etc. All die Hersteller bringen zum einen nicht innerhalb von Wochen oder gar Monaten Updates. Sie bringen sie auch, ja, eben sehr spät und teilweise gar nicht. Und die Updates kommen dann vielleicht, wenn ihr Schwein habt, ein Jahr, eineinhalb Jahre, Maximum. Und das ist hässlich. Aber das haben wir ja immer wieder mal beim Geek Talk, beim Mutter-Podcast, die Update-Problematik von Seiten den ganzen Android-Herstellern. Da muss sich noch einiges tun. Gehen wir weiter nach Österreich, denn die haben jetzt neu in den Apple-Karten auch den Spurassistent. Wer also die Apple-Karten nutzt fürs Navigieren im Auto, der wird sich darüber freuen, alle anderen betrifft es nicht. Wunderbar. WhatsApp für iOS. Bei Android kommt das Update auch bald, bringt ortsbasierte Sticker und eine Uhr. Die Hölle friert zu. Weitere Features, die wir von anderen Plattformen kennen, kommt jetzt auch zu WhatsApp. Verschickt ihr solche Geschichten? Wenn ja, lass uns vielleicht über Social Media oder auch über die Kommentare auf daily.geektalk.ch wissen. Es gibt ein Jubiläum. Zehn Jahr Südjahr, wenn ich denn das so richtig ausspriche. Der inoffizielle oder der nicht offizielle App Store für iOS. WordPress wurde im 28. Februar 2008, also gestern, vor zehn Jahren vorgestellt und in Kraft getreten. Ich mag mich erinnern, damals mein erstes iPhone musste ich auch noch jailbrechen und da hatte ich auch zwei, drei Apps daraus. Aber ja, wie es also mit dem Thema Sicherheit ist, da kommt ziemlich viel Zeugs mit, was man nicht haben möchte. Dennoch, ja, ein Studio Store gibt es immer noch. Gratulation an den Herren oder die Herren und Damen, die das Ganze da nutzen oder umsetzen, besser gesagt. Seit heute könnt ihr endlich Ski- und Snowboard-Ausflüge mit eurer Apple Watch, ganz wichtig, Series 3 aufzeichnen. In der Series 3 habt ihr nämlich einen Höhenmeter mit drin oder einen Höhenmesser. Und mit der aktuellen WatchOS 4.2 könnt ihr das Ganze dann auch ausmützen und nutzen. Heisst, die ganzen Fitnessringe, die ihr oben links oder wo auch immer auf eurer Watch abbildet, könnt ihr damit befeuern, wenn ihr eben Ski- und oder Snowboard fahrt. Dazu braucht ihr dann noch eine App. Es gibt verschiedene Apps, die euch das ausmessen. Welche das sind, wir auch vorher auf tele.kiktok.ch ein Link dazu zum Nachlesen. OneCast ist ein geniales Software-Stückchen, das es euch erlaubt, von eurem Windows-10-Rechner und umgekehrt von der Xbox auf den Windows-10-Rechner zu streamen. Das Gleiche geht jetzt mit dieser App eben auch für macOS. Das heisst, wenn ihr das Ganze nutzen möchtet an eurem Mac, geht das jetzt auch. Kostet nach 14 Tagen kostenlosen Testen 99 Dollar pro Monat. Man muss aber wissen, dass das keine offizielle Funktion von Microsoft ist und somit natürlich von Seiten Microsoft und oder auch der Spielehersteller ziemlich schnell auch abgedreht werden kann. Wer es dennoch austesten möchte, tut es und lasst es uns wissen, wie es funktioniert. In Kalifornien sind ab April diesen Jahres endlich autonom fahrende oder selbstfahrende Autos erlaubt und zwar auf der Strasse, überall im ganzen Bundesstaat. Das wird natürlich sicherlich einige dieser autonom fahrenden Firmen in diese Richtung treiben. Die werden da das sicherlich ausprobieren. Etwas Wichtiges dazu ist aber noch, ihr könnt euch da einfach so euer selbst zusammengeklöppeltes Fahrzeug nehmen und da dann rausgehen. Es braucht natürlich eine Lizenz vom Staat Kalifornien dafür. Aber immerhin deutlich weiter als hier Schweiz, Deutschland und Österreich. Zu guter Letzt habe ich noch ein kleines Thema von einem kleinen Türassistenten, Ring. Den habe ich vor eineinhalb Jahren, zwei Jahren auch mal getestet und war eigentlich begeistert davon, außer dass wir es hier im Haus nicht richtig anbringen konnten, mit dem ihr seht, wer bei euch vor der Türe steht und aber auch in neueren Modellen Türe öffnen könnt etc. Und das möchte ja Amazon schon länger, sprich beim Auto haben sie ja schon die ersten Modelle, wo sie euch die Lieferung hinten ins Auto stellen können. Nächstens wird es dann eben darüber die Möglichkeit geben, dem Amazon-Booten reinzulassen über das System. Dafür hat Amazon, man monkelt, für eine gute Milliarde Dollar die Firma Ring übernommen. Habt ihr so ein Gerät im Einsatz? Wenn ja, lasst es uns wissen. Das waren die News, die ich heute für euch aufbereitet habe. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in den Tag und wer weiß, vielleicht hören wir uns ja morgen, am Freitag nochmals, bevor es dann wieder weitergeht mit dem Achim. In diesem Sinne, habt einen erfolgreichen Tag, euer Pogipsi. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.